Murat Aktei hätte gerne gewusst, ab wann sollte ein Flüchtling oder ein Asylbewerber, der kriminell ist, also Wiederholungstäter eventuell, abgeschoben werden. Sondern wir wollen da die Preise teurer machen, wo umweltschädliches Verhalten besteht. Baerbock erklärt ihre politische Karriere, dann geht es sogar noch um die Asylbewerber. In diesem Bürgerdialog hat sie sich nicht nur blamiert, sondern ihre Antworten lassen tief blicken und ganz ehrlich, Frau Baerbock, die Bürger vergessen nie. Das ist zwar schon eine ältere Fragerunde, aber wenn du dir die Antworten anhörst und dann mit den aktuellen Ampelergebnissen vergleichst, merkst du, was diese Frau eigentlich angerichtet hat. Dieser Moderator rechnet sie nicht nur an die Wand, sondern es geht bei diesen drei Themen um ihre Antworten. Machen wir eine Challenge draus, schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie lange du dir dieses Video ansehen konntest. Weil ich sage mir wirklich, wie kann man diese Antworten live vor Publikum nur so rausposaunen. Ich kann da tatsächlich einfach nur fassungslos den Kopf schütteln. Was steht ist, dass sie gewisse Produktionen dann eben nicht nach zum Beispiel Emissionszertifikaten, wie bei uns beim Emissionshandel betreiben. Und wir schlagen ja vor, dass wir zum Beispiel mit Blick auf die Produktion von Stahl in Zukunft, klimaneutralen Stahl in Europa produzieren. Und wenn das dann andere Länder nicht machen und ihren billig produzierten Stahl ohne diese Ökostandards produzieren, dass man dann auch nachdenken müsste, ob man sowas wie Border Adjustment Texas heißt, das sind Klimazölle an den Grenzen, mit einführt, damit es da keine globale Wettbewerbsverzerrung gibt. Ob es nun gegenüber China ist oder den USA oder anderen Ländern, die eben diese Ökostandards nicht einhalten. Aber dazu müssen wir erstmal solche haben. Frau Baerbock, wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Sprint. Das heißt eine Minute mit vielen Fragen, die Sie mit Ja, Nein oder mit einem Wort beantworten können oder möglichst sollten. Dann schaffen wir auch am meisten und wir legen los. Biofleisch vom anderen Ende Deutschlands oder regionales Massentierprodukt? Weder noch. Legalisierung von Cannabis, ja oder nein? Ja. Wohin ging Ihre weiteste Fernreise bislang? Sie müssen mal überlegen, welche Strecken weiter sind. Zählen Sie ruhig alle auf. Nee, ich war in China bei einer Klimakonferenz. Ich glaube, das war weiter als, ich war auch mal ein Jahr in den USA. Jamaika oder Rot-Rot-Grün? Das hängt von den Inhalten ab, wo mehr Grün am Ende bei rauskommt. Pizza oder Nudeln? Nudeln. Obergrenze für Flüchtlinge? Nein. Wählen ab 16? Ja, in vielen Bundesländern gibt es das ja. Schwarze Null weiterführen oder Schulden für nachhaltige Investitionen aufnehmen? Schuldenbremse mit Investitionen. Fahrrad oder ÖPNV? Kommt drauf an, wie weit weg. Brexit-Abkommen neu verhandeln oder No Deal? Der EU-Kurs ist der richtige. Damit haben Sie es auch für den Sprint schon geschafft. Die Minute ist auch schon um und wir gehen weiter in Fragen, die Sie auch etwas länger beantworten können, dürfen oder so. Bevor wir zu diesem Part kommen mit der Obergrenze Flüchtlinge, hätte man es damals gemacht, wären wir wahrscheinlich nicht in dieser desaströsen Situation. Ich meine, immer wieder scheitern die Abschiebungen. Es liegt tatsächlich daran, dass teilweise Leute, die keine Daseinsberechtigung beziehungsweise hier Aufenthaltsgerechtigung haben, dass sie trotzdem in unserem Land bleiben und für die, die wirklich Hilfe benötigen würden, einfach mal die Plätze belegen. Das finde ich auch sehr krass. Und was ich auch sehr interessant fand, dieser Widerspruch. Schuldenbremse, aber Investitionen. Also ganz ehrlich, das ist das, warum auch die FDP und die Grünen keinen wirklichen grünen Pfad begeben können. Sie streiten sich wie die Hammel, kann man sagen. Und ganz ehrlich, ich glaube, damals hätte man sich wahrscheinlich eines dieser zwei Wünsche wahrgemacht. Also bloß keine Ampelregierung. Ich bin auch mal gespannt. Gerne mal deine Prognose in die Kommentare schreiben. Welche Regierung kommt deiner Meinung nach zustande in der nächsten Periode? Also kriegen wir beispielsweise Schwarz-Grün oder wird es dann doch irgendwie noch der FDP gelingen, in den Bundestag einzuziehen? Schreibt es gerne in die Kommentare und hier kommt jetzt der Part Nummer zwei. Murat Aktei hätte gerne gewusst, ab wann sollte ein Flüchtling oder ein Asylbewerber, der kriminell ist, also Wiederholungstäter eventuell, abgeschoben werden? Na, erstmal für die Straftat, die er begangen hat, so wie jeder andere Straftäter auch, gehört er natürlich vor ein Gericht gebracht. Wenn es dann eine Strafe gibt, muss sie abgesessen und hier ausgeübt werden. Und wenn es dann beim Bleiberecht keine Gründe gibt, dass er hier bleiben kann, dann muss er auch zurückgeführt werden. Aber wir können keine Rückführung machen in Ländern, die mit Menschenrechtsstandards brechen, wie zum Beispiel da, wo es die Todesstraße gibt. Rettet man das Klima nicht effektiv? Was ist denn bitte schön die Todesstraße? Kann mir das jemand mal erklären? Iva fragt Tobias Gruppe, wenn man den Spitzensteuersatz von heute 45 auf 60 Prozent anheben würde, warum bittet man nicht jene zur Kasse, die ohnehin zu viel Geld haben und dem Klima pro Kopf am meisten einheizen? Na, weil wir ja nicht einfach nur per se Steuererhöhung wollen und sagen, damit wird das Klima gerettet, sondern wir wollen da die Preise teurer machen, wo umweltschädliches Verhalten besteht. Und deswegen reden wir zum Beispiel über eine deutliche Anhebung der Kerosinsteuer im Flugverkehr oder auch im Verkehrsbereich einen CO2-Preis. René Jahr möchte wissen, wann gedenken Sie Ihre politische Karriere zu beenden? Das weiß ich nicht, wenn es keinen Sinn mehr macht oder wenn ich feststelle, dass das mit meiner Familie so nicht vereinbar ist. Eine Frage von Nikolas Steffen. Sind Sie für die Abschaffung des Rundfunkbeitrags und werden Sie sich dafür einsetzen? Nein. Manuel Hartung hätte gerne gewusst, wollen Sie und wenn ja, wie die Hartz-Reformen ändern? Ja, die verstehen ja aus ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel, dass im Bereich der Schwarzarbeit deutlich was getan wurde, das halte ich für absolut richtig, auch das fiel ja unter Hartz. Aber wenn jetzt Hartz-IV-Bereich gemeint ist, dann haben wir etliche Vorschläge, gerade im sozialpolitischen Bereich schon gemacht, dass wir gesagt haben, wenn man dazu verdient, dann darf es nicht die harten Abbruchtsgrenzen geben, weil es ja Sinn macht, wenn Menschen Beschäftigung wieder aufnehmen und dass wir auch mit Blick auf die Sanktionen deutliche Änderungen wollen. Eine Frage. Das ist ja auch sehr interessant, bei Bürgergeldempfängern von den Asylbewerbern, da sieht man das natürlich als grünen Politiker etwas anders. Da ist man nicht daran interessiert, dass diese möglichst schnell in Arbeit kommen und einen Beitrag leisten können, sondern da ist es ja sogar bürokratisch immer noch nicht gelungen, so viel abzubauen, dass man eben sofort, wenn man ins Land kommt, direkt anfangen kann. Und das ist das große Problem. Es wird immer wieder in die eigene Tasche gelogen. Es wird immer wieder das Blaue vom Himmel versprochen, was man alles tun will. Alleine auch, wie sie beschrieben hat, dass man ja jetzt abschieben sollte, wenn es eben jemand sich daneben benimmt. Das war aber auch wieder in der Richtung, ja, aber nicht in Heimatländer, wo irgendwelche Menschenrechte verletzt werden. Ganz ehrlich, dann kann man wahrscheinlich gar keinen abschieben. Und ich fand das schon sehr krass, dass man jetzt ja auch so getan hat von den Altparteien, als wenn man dieses Thema Migration ja jetzt schon fast gelöst hat, indem man eben Grenzen kontrolliert oder schneller abschieben möchte. Also die SPD war vor ein paar Monaten ja in den Schlagzeilen schneller abschieben. Das ist das große Ziel von der SPD. Also ganz ehrlich, das finde ich schon sehr beschämend, wenn solche Sätze gesagt werden, gleichzeitig die AfD fertig gemacht wird, weil sie das schon, bevor diese eigentlichen Probleme aufgetaucht sind, auch schon gesagt hat, um sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, solche Forderungen sind rechtsradikal, wenn es die AfD sagt. Also auch da merkt man, was in unserem Land alles falsch läuft. Und ich bin gespannt, wie siehst du das Thema? Vor allen Dingen auch, wie du findest du, Frau Baerbock? Also gerne mal in die Kommentare schreiben, was diese Außenministerin hier eigentlich drauf hat. Welche Vor- und Nachteile siehst du, wenn diese Frau eventuell sogar wiedergewählt werden sollte? Also da bin ich mal gespannt, deine Meinung zu erfahren. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.